Und nach Mängeln wie zum Beispiel Arbeitslos, Alleinstehend, sehen wir hier unsere Bauarbeiter und unsere Kundschafter sind Alleinstehend, warum auch immer wir schon einen Kundschafter haben in der Mission, Kinderlos, Hungrig und das hier ist ganz wichtig, verfügbare Beförderungspunkte, Bonuspunkte und können das alles sogar zurücksetzen. Wir können sogar nach mehreren Sachen filtern, dass Leute, die Heimatlos und Frauenlos sind. Ja Dann haben wir hier die Statistiken, die uns unsere Leute anzeigen, also Gesamtzahl, Männer, Frauen, Kinder, Soldaten, unsere Berufe ganz im Übersicht, unsere Gebäude. So, wo die Gebäudeliste, genau, unsere Warenproduktion. Damit wir ein bisschen sehen können, ob es steigt oder wieder einbricht. Hier können wir Verschiedenes, wie Hochzeit, Geburten und Todesfälle ansehen und hier den Friedhof, wo unsere Toten sind. Yay. Das Diplomativfenster, dazu kommen wir erst im nächsten, in der nächsten Mission. Ziele kämpfen wir bereits. Das hier ist die Hilfe. Also die Gebäudeliste, das Militär. Gebäudeliste, Militär, Tastaturbelegung, Tipps und Tricks. Und man sieht hier schon in der Gebäudeliste, dass es recht viele Gebäude gibt. Von der Bäckerei bis zum Zweifamilienhaus, wobei sich das Dreifamilienhaus auch hier irgendwo befindet, genau da. Wobei das das Größte halt ist. Also Wohnzelt, Zweifamilienhaus, Dreifamilienhaus. Machen wir das mal wieder zu. Und dann eben das Optionsmenü, wo ich immer den Sound gerade leiser stelle. So, Ralf ist am Schaffen als Müller. Sieht man schön, wie er hier gerade seinen Weizen holt. Ja, ich kann mal ranzoomen. Da sieht man es doch besser, auch wenn es ziemlich pixelig ist. Er holt seinen Weizen. Die Müllräder drehen sich. Und Mehl ist gemacht. Ja, wir können mal Kurs nicht speichern, laden. Auch nichts hier. Tipps und Tricks. Ah, ich dachte hier würden irgendwo die Tastenbelegungen stehen. Ah, die steht hier. Rein raus zum Schwiegerschwigkeit beschleunigen wäre L. Also, wenn ich auf L klicke, dann sind sie alle schneller. Das sieht man auch hier hübsch an den Beinen. Und ja, ich habe die Mühle am perfekten Ort gebaut, weil Ralfs Wohnzelt ist direkt hier. So, Ralf holt nochmal Mehl. Also nochmal Weizen, um Mehl draus zu machen. Na, noch zwei Mal, Ralf ist auf Maximum. Ja, wir haben zum Glück bereits Weizen hier. Naja, wir haben Gabelbart, den Baumeister. Hafgrim. Manche haben nette Namen. Oh, der erste Weizen wird geerntet. Sehr schön. Björn ist erwachsen und wir haben den Müller. Sehr schön. Ralf ist nur Müller, Meister. Er hat nun alles keinen Wert, was er über die Arbeit mit Getreide und Mehl zu wissen gibt. Begehe ich etwas Neues auszubilden, würde ich jetzt gerne das Brotbacken ernähren. Lasse deine Bauarbeiter daher eine Bäckerei in der Mühle und der Wohnzelt bauen. Tipp. Erst wenn der Bäcker beginnt Brot zu packen, kann er seinen Teil zur Nahrungsversorgung der Wikinger beitragen. Du kannst es bereits erkennen, dass es bis dahin eine Menge Arbeit und viel Zeit bedarf. Als erstes Grund dafür kannst du aber mit einem gut funktionierenden System von mehreren Bauern, Müllern und Bäckern eine fast beliebig große Anzahl von Einwohnern ernähren. Baue eine Bäckerei. In mehreren Bauetappen wird nun das neue Gebäude vor deinen Augen errichtet. Ja. Eine Bäckerei. Bauen wir sie hier um. Das ist in der Nähe von Ralfs Wohnzelt, da der ja unser Bäcker werden soll. Und ja, man sieht hier auch am Bauernhof sehr gut, dass zwei Schilde da sind, weil halt zwei Bauern hier arbeiten. Und ja, da die Bäckerei jetzt ein richtig großes Gebäude ist, sogar ein Steingebäude, wird erstmal Weizen für das Dach gebraucht. Und auch Stein für die Mauern. Einzig und allein die Stützbalken sind aus Holz. Was wir dann nachher noch brauchen, ist ein Brunnen. Dazu müssen wir ein bisschen nach Wasser graben. Ah, da hat einer Stein im Wald gefunden. Auch gut. Oh, und wir haben zu viel Leder beim Jäger. Solche Sachen können wir eigentlich kompensieren, indem wir... Ja, okay, beim Jäger können wir mehrere Jäger einstellen. Also, es können maximal drei Jäger in einem Jägerzelt arbeiten. Wir können aber zum Beispiel in unserem Hauptlager Träger einstellen, die halt Sachen vom Jäger zum Beispiel holen und einlager, dass es der Jäger nicht mehr selber machen muss. Genauso können wir zum Beispiel bei der Mühle einen Träger einstellen, der Getreide aus dem Bauernhof holt und in die Mühle bringt. Dadurch kann der Müller schneller arbeiten, indem er einfach nur das Mehl malt. Oh, Gudrun ist erwachsen und die Bäckerei ist fertig. Während der Träger halt das Getreide holt und das Mehl ins Hauptlager liefert, wenn es zu viel ist. Und dasselbe gilt halt auch für die Bäckerei. Wir können dort auch einen Träger einstellen, der Wasser und Mehl holt. So, die Bäckerei ist fertig. Die Bäckerei ist fertig, doch ohne Wasser für den Teig kann man kein Brot backen. Also sagt dein Bauarbeiter, dass ich in der Nähe die Bäckerei einen Brunnen bauen soll. Um einen Brunnen brauen zu können, muss Wasser im Brunnen vorhanden sein. Ist es nicht der Fall, kann dein Bauarbeiter auch nach Wasser, Adern graben. Wenn du zum Baumenüben mit dem Punkt graben nach Wasser setzt, den Start- und Endpunkt dort, wo gegraben werden soll. Reicht das Wasser aus, kannst du auf dem kleinen Wasserlöchern das Brunnengebäude bauen. Auf dem Brunnen hinterher in dem Betrieb auch genug Wasser abgeht, siehst du daran, ob sich die kleinen Eimer davor langsam füllen. Geschieht es nicht, lasse den Bauarbeiter um deinen Brunnen herum weiter graben. Grabe nach Wasser und baue einen Brunnen. Also ja, ich könnte hier einen Brunnen bauen, weil hier ist Wasser. Aber, übrigens, das Meer zählt nicht als Wasser. Ihr könnt aber auch einfach nach Wasser hier graben. Hier zwei so Pünktchen dürften reichen. Wobei, machen wir vier draus, ist besser. So, da graben sie nach Wasser mit ihren Holzschaufeln. So, und einen Brunnen können wir jetzt hier direkt auf das Wasserloch setzen. Der braucht übrigens wieder Leder, der Brunnen. Ja, das kennt man übrigens auch ein bisschen aus den alten Siedlerspielen. So, die Nahrungskette mit Bauernhof, Mühle, Bäckerei, wobei es da auch noch eine Schweinezucht gab. Ich glaube sogar, dass es die hier auch immer noch gibt. Eine Obstfarm gibt es auf jeden Fall. Der sammelt dann eben... Ein oder mehr Obstfarm pflücken, das reife Obst von Obstbäumen, die da neben der Obstfarm wachsen. Sollte in der Nähe von Obstbäumen gebaut werden. Also ja, Obstbäume sind dann wirklich Bäume, wenn ich diese Beeren mische. Und nur die können auch an diesen Bäumen halt Nahrung sammeln. Aber das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich... Ah, Schäferhütte. Schäferhütte. Egerzelt, Lederschneiderei, Goldschmied. Ja, Schäferhütte. Produziert Wolle, ja. Ja, das ist auch wieder eine andere Sache. Es gab aber, soweit ich weiß, auch eine... Webstube. Vorratszette, Pfarrei, Tempel, Schwertschmiede. Schusterei macht... Schuhe. Schäferhütte, Obstfarm, Lederschneiderei macht Lederrüstungen. Brauerei Bauernhof. Der Brunnen spudelt nur Lustig vor sich hin. Nun könntest du Ralf eigentlich bitten, dass er als Bäcker in der Bäckerei arbeiten soll. Doch wenn Ralf künftig als Bäcker arbeitet, steht die Mühle wieder leer. Es wäre möglich, einen anderen Pfarrmeister zu sagen, er soll als Müller arbeiten. Doch da in deinem Dorf wahrscheinlich noch kein anderer Wikinger so viel Erfahrung hat, wollen wir einen neuen Weg ausprobieren. Die Schule. In einer Schule können Wikinger einen Beruf sehr schnell und einfach erlernen, weil sie daher nun einen deiner Bauarbeiter an, ein Schulgebäude zu errichten. Tipp. Hat einer deiner Wikinger in seinem Beruf lange genug ununterbrechend gearbeitet und wertvoller Erfahrung gesammelt, bekommt er einen Meistertitel verliehen. Dieses Wissen kann er weitergeben, indem er es in Form von Schriftrollen in einer Schule hinterlegt. Dort kann nun jeder Wikinger in der kurzen Zeit ebenfalls diesen Beruf erlernen, ohne ihn erst mühlich erarbeiten zu müssen. Er wird die Schule dann sogar direkt als Meister seines Fachs verlassen. Baue eine Schule. Ja, wir schicken jetzt Leute an die Universität. Und ja, der Brunnen ist fertig und die Wassereimer füllen sich. Also eine Schule bauen. Die können wir ruhig hier etwas abseits bei unserem Haupthaus errichten. Während ich weiter nach unserer Rinderfarm gucke. Rüstungsschmiede. Hm. Oder gab es die auch erst im zweiten Teil? Weil Lederschneiderei, genau, macht Lederrüstung. Bäckerei, Bauernhof, Bogenschnitzerei, Brauerei, Brunnen, na, na, na. Hm, hm. Rüstungsschmiede. Rüstungsschmiede, Schäfer, Schule, Schuster macht wie gesagt. Ähm, Lederschuhe. Schwertschmiede. Schwertschmiede, Speermacherei, Steinmetzzzelt, Tempeltöpferei, Partei, Forse, Websturbe, Werkzeug, Schmiede, Werkzeugschmiede, Wohnzell, Zweifamilienhaus. Ja, das ist übrigens auch noch ein Unterschied. Die Werkzeugschreinerei macht Holzwerkzeuge, die Schmiede macht Eisenwerkzeuge. Dazu kommen wir aber auch erst irgendwann mal in der Hauptkampagne. Da wir solche Sachen einfach noch nicht bauen können. Ich meine, wir haben jetzt eigentlich so gut wie alles gebaut. Die Schule wird noch gerade gebaut, es wird nur noch ein Weizen. Was gerade von unserer Weizenfarm geholt wird. Mehl und Wasser sammeln sich gut, Wasser ist sogar schon voll. Hätten wir jetzt einen Träger im Hauptlager, würde der sogar Wasser holen. Und ja, es wird sogar schon Mehl von der Mühle in die Bäckerei gepackt. Da die Mühle voll ist und es natürlich sinnvoller ist und auch der Weg kürzer ist, es in die Bäckerei zu bringen. So, wir bauen eine Schule. Eigentlich fast schon eine Universität, wenn die Leute da als Meister ihres Fachs rauskommen. So, Schule ist fertig. Schule wird nachher auch ein sehr wichtiges Gebäude im Hauptspiel sein, wenn wir neue Leute zu Jägern, Holzfällern oder so machen. Um unsere Wirtschaft zu beschleunigen. So, ich hoffe mal, dass jetzt gleich wir wieder eine Meldung kriegen. Wie funktioniert das eigentlich? Wo haben wir hier unseren Kundschafter stehen? Die Schule mit der Glocke am Eingang steht nun bereit. Lass einen der Bauarbeiter dort jetzt den Beruf des Müllermeisters erlernen. Um jemanden in der Schule auszubilden, schicke ihn mit dem Hammer-Symbol in die Schule. Ist er dort angelangt, klicke auf das Schulgebäude. Während dem Winken fändest du den Wikinger an und klicke auf der rechten Seite auf den Beruf, den er erlernen soll. In unserer Fall ist es der Beruf des Müllermeisters. Nachdem die Ausbildungszeit vorbei ist, zu erkennen am Verlaufsparken unter der Figur, wird der ehemalige Bauarbeiter als Müllermeister verlassen. Ralf hat nun eine Nachfolge. Jetzt kannst du ihm endlich zum Bäcker werden lassen, Zahnrad-Symbol und über die leeren stehende Bäckerei als Arbeitsplatz zuweisen. Danach kannst du den neuen Müller in die Mühle schicken, Hammer-Symbol. Lass er Ralf zum Bäcker werden und schicke ihn in die Bäckerei, um Meister zu werden. Sagt dem neuen Müller, dass er in der Mühle arbeiten soll. Ralf beginnt eifrig Brot zu backen. Ist er Meister geworden, er trägt wiederum einen Tusch, der für unser kleines Tutorial auch gleichzeitig das Erreichen des Ziels signalisiert. Haftgrim, du arbeitest jetzt in der Schule. Ralf, du wirst jetzt Bäcker. So, du wirst Müller. Da sehen wir jetzt, wie der Balken langsam durchläuft. Also es dauert schon ein bisschen, bis ein... ...jemand umtrainiert wird. Aber nicht so lange, wie es braucht, um jemanden komplett neu zu trainieren. Also so, wie wir jetzt Ralf Bäcker werden lassen. Hätten wir also Sturla oder Lotholf, Lotholf, skandinavische Namen halt, zum Müller werden lassen, würde es viel länger dauern, bis sie Müller-Meister werden, als wie wenn wir eben Haffgrim so umgeschult haben. Ja, Haffgrim hat einen neuen Beruf in der Schule gelernt. Und wir haben ihn schon in die Mühle geschickt. Unser guter Ralf ist schon fleißig an der Arbeit. Und macht uns ordentlich Nahrung. Also bei dem kleinen Dorf sollte jetzt die Nahrungsversorgung kein Problem mehr sein. Da wir hier ja mit der Bäckerei sehr gut an Nahrung kommen. Ich glaube sogar, dass ein Bäcker jeweils zwei Nahrung aus einem... ...aus einer Nahrung produzieren kann. Also aus einmal Mehl und einmal Wasser. Zeigt er ja gerade sehr schön. Wie er da steht und das Brot rein tut.